Willkommen, meine lieben Minecraft-Freunde. Zurück zu einer Folge von Minecraft-Feededies. Heute ist Zeit, mein drittes Jetpack zu machen. Ich habe ja hier noch das elektrische Jetpack. Ah, ne. Egal. Heute werde ich eine Badbox machen. Badbox. Oh, Badbox. Die Badbox. Und zwar genau... Die hier. Eieieieiei, das wird lustig werden. Da brauche ich jetzt komisch Batterien und da brauche ich... Ach, du Kacke, ne. Zin-Dinger, da brauche ich Timplates. Okay. Mal zurück. Wie viel brauche ich davon? Da brauche ich... 1, 2, 3, 4. Also insgesamt 4 und 3 sind 12 Zin. Ich habe 14. Okay, gut. Das wird schon mal geklärt. So. Dann brauche ich insgesamt noch 12 Redstone. Ne, gar nicht 12 Redstone. 6 Redstone. Und Zinn-Cable und das mache ich erst. Okay. Jetzt muss ich auch das hier. Und Zinn. Zinn. Und... Was brauche ich noch? Ich brauche noch... Rubberbaum. Ah, ne. Da sind ja noch 4 Stück davon. Dann hat sich das ja erledigt schon. Was war das jetzt nochmal? Und das heißt, ich brauche davon... Okay, ich brauche genau 4 Stück davon. Ah, warte. Warte. So. So. 3 Stück davon. 1, 2, 3, da... 1, 2, 3, da... 1, 2, 3, da... 1, 2, 3, da... Ist ja Wurst. Ähm... Und jetzt brauche ich noch... 1, 2, 3, da... 1, 2, 3, da... 1, 2, 3, da... 1, 2, 3, da... 1, 2, 3, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 3, 4, 5... Fertig eingestellt. Ein Shizzle, haha. Shizzle, Shizzle, Shizzle. Der füllt sich jetzt schon auf. Das ist ein Fehler, verdammt. Weg mit dir, Badbox. Ich brauche am besten noch dieses komische... 1, Craft, 2. Hessing Kabel brauche ich noch. Das wäre total genial, wenn ich ihn noch kriegen könnte irgendwie. Leider weiß ich nicht, wie man das Ding bekommen muss, die Kabel. Hört schon mal eine konkrete neue Musik im Hintergrund. Boah, die Minecraft Musik ist noch an. Klappe! Das muss ich mir gerade nachschauen. Beat the Beast. Beast und jetzt. Industrial Craft 2. He, muss ich mir gerade nachgucken. Ich bin mir gerade ganz sicher. Wie denn das Ding... Alter! Ich weiß nicht, wie diese blöden Dinger heißen. Hinten Kabel, Kabel, Gold Kabel. HV Kabel. Sind das vielleicht einfach diese komischen Kabel, die man da benutzt? Oah... Metalformer. Metall! Hammer! Halleluja! Bronze, irgendwie noch eine Bronze... Ach Gott, ne... Okay, ähm... Ja gut, was mach ich jetzt nochmal? Was will ich jetzt nochmal machen? Ähm... Craft... Und zwar brauche ich jetzt hier die blöden Copper Gables... Oder mach ich Isolated Gold Cable... Isolated Copper Cable... Gold Cable... Die Goldplatte, da brauche ich ein Gold... Ah, okay... Wäre gut, nicht schlecht, ne... Brauche ich zwei Rubber Bars... Und da ich mehr als genug von Gold habe... R18... Brauche ich auch noch einmal das hier... Und einmal das hier... Äh... Wie war das jetzt nochmal? So... Okay, und dann... Gold... Und jetzt das da... Und jetzt... Das da... Und das da... Gold Cable... Oh, ha... Das ist ne Menge gewesen... Wir müssen mal einen Rubber Baum suchen... Surprise Wood... Surprise Wood... Surprise Wood... Rubber Wood... Falsches... So... So... Muss es sehen... Das ist... Rice Wood... Das ist aber gut hier... Perfekt... Jetzt habe ich hier schon... 12 Rubber Raw... Okay, Freunde... Jetzt geht's wieder zurück... Da ich glaube ich erstmal nicht so viel brauche... Oh... Das ist erstmal hier... Nee... Achso... Das ist Entity Infuser... Ich brauche ja die Sammel... So... Perfekt... Jetzt müssen wir das... Rubber Raw... Wie... Wie mache ich das nochmal... Da rein... Geht das irgendwie... In Redstone Furnace... Ja... Perfekt... Okay... Da kommt eine Menge Holz raus... Ich brauche eine Menge... Von diesem anderen Zeug... Hier... Ne... Rubber... Kommt nicht ganz so viel raus... Okay... Ich muss mich auch gleich mal schlafen legen... Erstmal wieder... Ah... Perfekt... Geht doch wieder... Draconic Evolution... New Snapshotter Version... Available... Gut... Oh... Oh Gott... Alter... Hat der mich geschockt... Gerade... Das verdammte Ding, ey... Oh, ich habe einen Creeper-Kopf... Da hin mit dir... Oh Gott... Der ist ja bruselig... So... Jetzt habe ich jetzt mal 17... Von diesem schönen... Rubber-Bars... Die warten letztens zwei Dinge ab... Bis es endlich dann 18 sind... Äh... 18... 21... So... Wie mache ich das jetzt... Jetzt mache ich einfach hier zwei Rubber da... Und ein Gold-Cable da... Okay... Das ist... So... Und jetzt einfach die Gold-Cables... Dahin... Ich mache erstmal einen davor... Nicht, dass ich das jetzt nicht mehr setzen kann... Dann ist das ja auch sinnlos... Ah... Doch... Es geht... Das war ja recht gut eigentlich... Also das Gold-Cable... Okay... Jetzt muss ich noch mehr davon machen... Ich teste das jetzt erstmal richtig aus... Faszinieren... Jetzt habe ich schon 10 Stück davon... Das ist toll... Gehen wir jetzt mal auf die Suche nach... Mehr Rubber-Woods gehen... Rubber-Trees... Sagen wir mal so... Eine Pflaume... Oakwood... Das wollte ich nicht... Oakwood... Rubber-Wood... Das Holz ist gar nicht mal so wichtig eigentlich... Äh... Das Wichtige... Das... Rubber hier drinne ist... Rubber-Wood... Perfekt... 10k-Bereichen glaube ich noch nicht aus... Bin mir gerade gar nicht sicher... Um ehrlich zu sein... Das ist Oakwood... Das ist unwichtig... Momentan... Wieder wird es bestimmt wichtig... Für mich... Oakwood... 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 Weiß nicht... Ich glaube das... Das Hintergrundgeräusche kommt von meinem... Scheiß Computer... Der echt laut ist... Das ist mir gar nicht so oft gefallen... Weil... Das war bis jetzt immer kein Problem... Aber momentan ist der... Echt laut... Weiß nicht... Wenn ihr das Geräusch mitgeräusche hört... Schreibt es mir in die Kommentare... Das wäre total geil... Würde mich auf jeden Fall... Mal interessieren... Okay... Ich glaube ich kann wieder zurück... Ich habe jetzt erstmal genug... Ich habe wieder elf Stück... Okay... Das reicht... Nein... Rücken nicht wirklich... Eine schöne Wohnung... Hier erstmal... Schön erstmal... Eingebaut... Okay... Robber... Erstmal hier rein... So... Wo werde ich jetzt meine... Bettbox erstmal aufstellen... Ähm... Ich glaube ich werde erstmal... Im schönen Untergrund... Ah... Mit dem Schizzle kann ich das machen... Schizzle, Schizzle, Schizzle... Kann ich den schöner machen... Im Untergrund hier... Das ist schön... Hammer... So... Surprise! Warte! Ach... Okay... Ähm... Warte! Das ist jetzt mal vor... 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 vor blöde Zurück, zurück, zurück Sprycewood? Was ist denn Sprycewood? Scheiße, das war alles zu weit Das ist Sprycewood, das ist Junglewood Unwichtig Junglewood, Dirt, Dirt, also das ist Dirt, ja Junglewood, Oakwood Wall, Pool, Walle Lime Stone? Was ist denn Lime Stone? Schick aus Was im Schüssel macht Boah, nicht schlecht eigentlich Was ist das denn für Scheiße? Egal Was macht der jetzt so schöner aus draus? Erstmal So, erstmal das Sprycewood da rein, dann ist Slime Stone da rein Was mach ich denn da raus erstmal? Ich mach jetzt auch was aus Stein, das sieht ganz schick aus, glaub ich Verdammt So, und da kommt die Bedbox jetzt hin Ich muss mit dem Schüssel ein bisschen verschönern Das ist ganz schick eigentlich So, schön glatter Stein Auch wenn's manchmal nicht gesehen wird, ist er eigentlich auch Wurst Perfekt Perfekt Jetzt kommt die Bedbox da noch oben drauf Die Bedbox Die ist schon angeschlossen Man kann's sagen Unmöglich kann die noch angeschlossen sein So, und jetzt hier noch So, weitere neuen Kabel So, und jetzt erstmal den ganzen Scheiß da abreißen So, und jetzt erstmal den ganzen Scheiß da abreißen So So, mal gucken Die befüllen sich nicht, ne? Oder? Nur das eine befüllt sich hier Verdammt, was muss ich jetzt machen? Ey, 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 ich bin gar nicht gepeilt Okay Ähm Uh, dann muss ich es wieder so machen, glaube ich, ne? Ich hole duale Okay Duales, äh, irgendwie machen Ähm Ja gut, okay Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, drückt Däumchen nach oben, bitte Lasst es mir gleich mal da Oh, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft, Fiete Wies Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, tschüss und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal